Herzlich willkommen zu einem zweiten Blick über den Tellerrand. Und in diesem Blick über den Tellerrand soll es um Heuristiken gehen. Heuristiken kennt man in der Informatik, in Algorithmen, wenn man sagt, ja, die Lösung, die gefunden wird, die ist nicht die beste Lösung, sondern sie ist zum Beispiel höchstens 1,2 Mal so langsam oder die Verarbeitung dauert 1,2 Mal so lange wie die beste Lösung. Man kann also ein bisschen sagen, es geht in Richtung einer Ungefährlösung oder sowas. Im Bereich der User-Interface-Gestaltung gibt es auch den Bereich Heuristiken, und zwar vor allen Dingen von Jakob Nielsen vertreten. Und er meint damit so, man könnte sagen, so Pi mal Daumenregeln, so Grundregeln, die jetzt irgendwie abgeleitet sind aus dem, was er so erfahren hat und die so eine Tendenz angeben sollten. Das ist da quasi die Heuristik. Und diese Heuristiken wollen wir uns mal einmal hier kurz angucken, weil man die häufig findet, häufig auch zitiert findet. Es gibt ganz was Ähnliches von Ben Schneiderman. Der schreibt was von Eight Golden Rules of Interface Design. Das geht aber in eine ganz ähnliche Richtung. Ja, das da rechts ist Jakob Nielsen, einer der amerikanischen Usability-Gurus, wenn man so möchte. Und was der viel macht ist, er schreibt vor allen Dingen einen interessanten Bulletin immer. Also er gibt viele Bücher, schreibt viele Bücher, aber er gibt auch so eine Art Newsletter heraus, wo er sich häufig neuere Dinge schnappt und dann analysiert. Und er macht das immer, auch für Firmen natürlich. Mit User-Tests. Also er macht viele User-Tests und in den User-Tests erhebt er natürlich die Probleme. Und daraus hat er diese Heuristiken abgeleitet. Und er hat also gesagt, bestimmte Probleme, die tauchen immer wieder auf. Und dazu, die packe ich mal in so Klassen hinein. Und dann kommen diese Heuristiken dabei raus, die hier stehen. Es ist ein eigentlich ganz ähnliches Vorgehen, wie das bei der ISO 9241 auch gewesen ist, wie dort halt die sieben Grundsätze der Dialoggestaltung entstanden sind. Es sind aber interessanterweise andere, die Nielsen hier herausgefunden hat. Natürlich nicht komplett andere, aber dann halt doch teilweise andere. Und was ich euch jetzt hier zeigen möchte, gleich als nächstes, sind ein paar Auslegungen dieser Heuristiken. Und zwar sind die gemacht worden auf dieser Internetseite, die hier unten steht, in diesem Artikel. Und da hat das jemand versucht anzuwenden auf Adobe Photoshop, was ich interessant finde, weil Adobe Photoshop hier tatsächlich dann als Beispiel für gutes User-Interface-Design überkommt. Was normalerweise nicht das ist, woran die Leute so denken. Es ist natürlich ein sehr potentes Programm, funktionsstarkes Programm. Aber dass es gerade einfach zu bedienen ist, wird Photoshop normalerweise nicht nachgesagt. Und in diesem Artikel sind auch Sachen drin, die finde ich sehr kritisch. Vor allen Dingen schon mal dieser erste Satz, der da steht, oder den ich hier zitiert habe. Applying Nielsens and Molex, die beiden haben das zusammen gemacht, 10 rules of thumb in evaluating interface design will help you recognize any potential issues as well as guide you and your team in creating better experiences for your users. Das ist ein ganz schön breiter Claim. Das würde Herr Nielsen selber so wahrscheinlich nicht sagen, dass man durch seine Heuristiken any potential issues herausfindet. Das ist aber gerade eine Gefahr auch, wenn man solche sehr allgemein gehaltenen Heuristiken hat, dass die Leute denken, die erschlagen das auch alle. Es ist ja schön, es sind ja nur 10 und nur an die muss ich mich jetzt auch halten und dann ist das alles gut. Und dass die Guiden, da bin ich mir auch nicht sicher, denn sie sind wie die ISO 9241 im Prinzip aus Fehlersammlungen entstanden. Und daraus Guidelines abzuleiten ist nicht so ganz einfach, denn es fehlt eigentlich die Grundlage dafür. Wir haben ja nicht umsonst bei uns sehr langwierig Grundlagen erst mal erarbeitet und das ist ja hier gar nicht passiert. Ich möchte jetzt nicht alle diese Heuristiken hier besprechen, sondern vor allen Dingen die, die jetzt hier in Fett gedruckt zu sehen sind, mal besprechen, weil ich daran gut zeigen kann, dass man schlechtes Design mit diesen Heuristiken, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, als gut bezeichnen kann. Schaut euch mal das hier an, also das ist Photoshop, ältere Version, Photoshop CS3, die Bilder sind die, die auch in diesem Artikel vorkommen. Und der Hinweis, System match to the real world, also letztendlich so, kriege es hin, dass deine Software zur realen Welt passt, da ist das Beispiel des Abwedelns und Nachbelichtens hier drin. So, ihr kennt jetzt alle, auch wenn ihr jetzt nicht unbedingt fotoaffin seid, habt ihr schon mal irgendeine Art von Bildbearbeitung bestimmt genutzt und könnt euch vorstellen, dass es irgendwelche Tools gibt, mit denen man es hinkriegt, dass in bestimmten Bereichen das Bild dunkler oder heller wird. Dafür sind diese beiden Werkzeuge und die heißen Dodge und Burn und die sind hier beschrieben und oben wird das als gut beschrieben, da steht various tools like the Dodge Tool and the Burn Tool mimics a traditional darkroom technique for photographs. Okay, das sind also Techniken aus der Dunkelkammer. Das heißt, es sind Techniken aus der Zeit, als man in der Dunkelkammer Filme entwickelt hat. Das machen ja heute auch noch Leute, aber viel weniger Leute. So, und System match to the real world hilft mir natürlich dann, wenn ich das, wozu ich matche, kenne. Und das Problem hier an dieser Stelle ist, dass man das gar nicht kennt oder die allermeisten das nicht kennen. Das ist im Deutschen sogar noch stärker so, weil im Deutschen heißen diese beiden Werkzeuge abwedeln und nachbelichten. So, und jetzt überlegt mal, was passiert eigentlich, wenn ich abwedle und was passiert, wenn ich nachbelichte? Und das Komische ist, es ist gegen die Intuition. Man würde ja annehmen, wenn ich nachbelichte, dann wird es heller, weil es ja belichtet. Nein, es ist ja ein Negativ, was normalerweise projiziert wird auf ein Positiv und wenn ich das länger belichte, dann wird das positiv dunkler. Das heißt, nachbelichten sorgt dafür, dass es dunkler wird und abwedeln, wo man ein Werkzeug, häufig war das Art Löffel, ich habe jetzt hier gerade keinen Löffel, nehmen wir mal an, dies hier, das wäre ein Löffel. Ich habe hier den Projektor, unten das Blatt und dann mache ich da immer so zwischen hin und her an bestimmten Stellen, sodass in bestimmten Bereichen weniger Licht unten hinfällt, weil immer zwischendurch der Schatten da hinfällt. Das nennt man abwedeln. Das macht es dann heller. Abwedeln und nachbelichten sorgt also genau für das Gegenteilige von dem, was man vom Wort her eigentlich meinen könnte, zumindest bei nachbelichten. Diese Metapher ist für Bildschirmfotos ungeeignet und der Match zur Real World ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Wenn man einfach abdunkeln und aufhellen gesagt hätte an dieser Stelle, dann wäre das völlig verständlich gewesen. Auch für jemanden, der häufig in Dunkelkammern ist, wäre dann klar, was es tut, anstatt, dass man sich einer Metaphorik bedient, die die meisten Leute gar nicht kennen und selbst die Leute, die sie kennen, nicht brauchen. Also das ist wirklich an dieser Stelle überhaupt nicht sinnvoll. Error Prevention. Da wird hier angegeben, was hier das Schöne an Error Prevention ist, dass ich hier links, wenn ich da die Icons habe mit den verschiedenen Tools, mit denen ich etwas bearbeiten kann, wird hier als Error Prevention verkauft, dass ich einen Tooltip bekomme, wenn ich da drauf zeige, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Falsche anklicke, niedriger. Ja, wenn ich so Error Prevention definiere, ist jede Anzeige am Bildschirm, die mir überhaupt irgendetwas mitteilt, Error Prevention. Da könnte ich genauso gut sagen, dass oben die Menüpunkte überhaupt beschriftet sind und nicht einfach nur Punkte sind, ist Error Prevention. Denn sonst würde ich ja die Gefahr laufen, dass ich immer in die falschen Menüpunkte reingehe. Ja, aber das ist doch Blödsinn. Das als Error Prevention zu verkaufen, ergibt an dieser Stelle gar nicht viel Sinn. Natürlich mag es zu der Definition, zu der sehr simplen Definition von Error Prevention passen, aber sinnvoll ist das hier nicht. Dann wird von Recognition rather than Recall gesprochen und es wird hier über den Öffnen-Dialog gesprochen und da wird als positiv angegeben, dass hier man die Bilder sehen kann, die man da öffnet, anstatt dass man nur den Namen sieht, weil sonst müsste man sich ja unter dem Namen etwas vorstellen. Ja, also zum einen wird jetzt hier Photoshop etwas untergeschoben, was gar nicht Eigenschaft von Photoshop ist, sondern Eigenschaft von Windows ist. Nämlich Windows hat dieses Feature, dass man die Bilder so sehen konnte. Das ist eine ziemlich typische Darstellung, wie sie unter Windows 2000 und Windows XP verbreitet war, die man da sieht. Okay, aber sei es drum. Nehmen wir mal an, das nehmen wir jetzt als Eins an, das ist ja nicht so schlimm. Nur, was hat das hier mit Recognition rather than Recall zu tun? Gar nichts, denn diese automatisch durchnummerierten Bilder, wie wir sie hier haben, mit diesen komischen Dateinamen, wie sie hier auch genannt sind, die kann ich gar nicht recallen, denn die habe ich gar nicht gelernt. Recall würde ja voraussetzen, dass ich mir überhaupt etwas gemerkt habe, sondern das sind ja generierte Namen. Die Namen haben ja mit dem, wofür es steht, überhaupt nichts zu tun. Das heißt, das ist hier kein gutes Beispiel für Recognition rather than Recall. Das klassische Beispiel ist halt ein Menü. Ich muss keinen Befehl mehr eintippen, sondern ich sehe die Dinge in der Auswahl. Das ist Recognition rather than Recall. Aber hierfür passt das nicht besonders gut, Recognition rather than Recall. Dann haben wir noch Aesthetic and Minimalist Design. Und da wird gesagt, ja, aha, also wir sollen ästhetisch und minimalistisch sein. Und als Beispiel wird angegeben, dafür, dass das gut ist, dass hier auf der linken Seite die ganzen Icons sind und dass die minimalistisch dargestellt sind. Und dass es keine Beschriftung dazu gibt, denn die würde ja nur Klatter auf dem Bildschirm machen, also nur Unordnung verursachen auf dem Bildschirm. Ja, wenn man jetzt bei Nielsen mal nachliest, das sollte man sowieso tun, wenn man sowas, wenn man ihn benutzt, also wenn man seine Heuristiken benutzt, dann stellt man fest, dass das ein entschiedener Gegner von Icons ohne Beschriftung ist. Also er gibt an anderer Stelle an, Icons brauchen immer eine Beschriftung. Und dann ausgerechnet das als Beispiel zu nehmen für minimalistisches und ästhetisches Design, das ist schon bemerkenswert. Denn es ist überhaupt gar kein gutes Design, an das man hier nicht erkennt, wofür diese Icons eigentlich stehen. Und das nicht auch im Überblick sehen kann, sondern nur mit solchen Tooltips. Und dass diese Icons übrigens minimalistisch sind, das wage ich bei der Darstellung hier auch zu bezweifeln. Also man könnte diese Icons, glaube ich, alle minimalistischer darstellen, ohne dass man die Wiedererkennbarkeit, wenn man die Icon-Bedeutung mal gelernt hat, großartig einschränken würde. Diese Auswahlen hier übrigens haben noch eine merkwürdige Eigenart, die ich an der Stelle mal ansprechen möchte. Nämlich, da sind ja teilweise mal unten rechts so kleine Pfeile dran und wenn man da drauf drückt, dann klappen da mehrere Icons raus. Und ich habe also mehrere Funktionen zur Auswahl, mehrere dieser Tools, die ich auswählen kann. Und das, was ich dann auswähle, das ersetzt dann das Erste. Das heißt, das klappt wieder zu und das ist dann quasi in dieser Leiste so drin. Das ist extrem irritierend, gerade für Leute, die das nicht so häufig benutzen, denn die Stabilität ist nicht mehr gegeben. Das ist ein Kontinuitätsproblem. Ich habe dann in diesen Leisten nicht immer die gleichen Icons drin, sondern andere, je nachdem, welche ich vorher benutzt habe. Und wenn ich mir jetzt irgendwie gemerkt habe, ich muss auf das Menü klicken, das so und so aussieht, dann ist das hinterher wieder anders. Das heißt, hier ist diese Stabilität, diese Kontinuität, wie wir das genannt haben, zugunsten der Ausführungsminimalität verringert worden. Also auch an dieser Stelle ein kritisches Design, hat aber jetzt nichts mit dieser Angabe da oben zu tun. Und last not least, schauen wir uns dieses hier mal an. Wir sehen hier Help Users Recognize, Diagnose and Recover from Errors. Und hier angegeben ist der Kopierstempel. Kopierstempel dient dazu, dass man, wenn man irgendwie was hat, was man im Bild nicht haben möchte, dass man das ersetzt durch einen anderen Bildteil. Also stellt euch vor, irgendwo im Bild ist ein Fleck und den Fleck wollt ihr weg haben, dann kopiert ihr etwas aus der Umgebung dorthin. Und das nennt man Kopierstempel. Und dafür muss man natürlich erst einmal angeben, von wo man kopiert und dann wohin. Das ist also immer ein Zweischritt. Und wenn man diesen Kopierstempel einfach auswählt und einfach nur irgendwo hinklickt, dann kriegt man diese Meldung hier. Could not use the clone stamp because the area to clone has not been defined. Alt-click to define a source point. Und dann kommt OK. Ja gut, ganz schlecht ist diese Fehlermeldung nicht, denn sie gibt an, was passiert und was man tun soll. Also Feedback und Feedforward. Gut, dass jetzt unten OK steht, schenken wir uns an dieser Stelle mal. Nur, wir haben für diese Lösung schon was viel Besseres kennengelernt. Nämlich, dass man die ganze Zeit schon mal hinschreibt, was passieren hätte eigentlich können. Das heißt, man hätte an den Mauszeiger dranschreiben können, please alt-click to select area. Oder man hätte einfach zwei Schritte daraus gemacht und der erste Klick wäre der Quellklick und der zweite der Zielklick mit zwei verschiedenen Mauszeigern vielleicht. Es hätte also erheblich bessere Designs gegeben an dieser Stelle. Dann wäre diese Fehlermeldung auch überhaupt gar nicht nötig. Das heißt, ja gut, man ermöglicht es zwar, den Leuten hier aus dem Fehler wieder rauszukommen, aber die Fehlersituation hätte vermieden werden können an dieser Stelle. Wieso sage ich euch das alles? Wieso erzähle ich euch das alles? Will ich diese Regeln irgendwie niedermachen? Nein, ich möchte die Regeln nicht niedermachen, denn sie haben durchaus auch ihren Wert. Vor allen Dingen, weil sie so schön kurz und so schön eingängig sind und dann vielleicht etwas leichter verdaulich als diese ganze Vorlesung zum Beispiel. Aber man muss, wenn man sich diese Regeln anguckt, auch die vielen Beispiele von Nielsen kennen. Das ist sowieso die Variante, die so aus dem Design quasi kommt. Also Design heißt, ich habe oder arbeitet oft so, dass sie sagen, wir haben wenige einfache Grundsätze und dann muss man viele Beispiele kennen, viele Beispiele gemacht haben, viel designt haben und dann bildet sich ein Designwissen aus. Nur nach den Grundsätzen kann ich eigentlich nicht arbeiten. Und das sieht man gut oder sah man gut an diesen Beispielen, denn da kann man daran sehen, dass man mit den richtigen Grundsätzen, denen wir auch zustimmen würden, die bei uns auch irgendwo vorkommen, aber die halt zu kurz und zu allgemein formuliert sind, dass ich mit diesen Grundsätzen es hinbekomme, schlechtes Design als gut zu begründen. Und das ist natürlich wirklich problematisch. Da sollte man aufpassen, dass einem das nicht unterkommt. Was man wiederum gut machen kann, ist, wenn man ein Design als schlecht erkannt hat, dann findet man garantiert in den 10 Heuristiken von Nielsen oder auch in den 7 goldenen Regeln von Schneiderman, dann findet man da mit Sicherheit eine, zu der das passt. Das ist ein ähnliches Phänomen, wie wir das schon bei der ISO 9241 kennengelernt haben. Das heißt, als Checkliste eignete sich ganz gut. Aber konstruktiv ist ein bisschen schwierig. Als konstruktives Element, da müsste man schon sehr, sehr, sehr viele Beispiele kennen. Und unser Ansatz ist eher, man muss sich über die Konflikte dabei Gedanken machen und dann kann man die auflösen. Die Beispiele dafür zu kennen, ist eine gute Idee, aber die Beispiele oder die konkreten Designs sind dann halt immer explizite Auflösungen dieser Designkonflikte. Das heißt, dieser Zusatzexpekt, der fehlt natürlich bei solchen Ansätzen vollständig. Und deswegen haben wir es auch für nötig gehalten, einen weiteren Ansatz hier euch zu erzählen und in die Welt zu setzen. So viel hier zu diesem Blick über den Tellerrand und es gibt immer noch ein paar weitere Blicke über den Tellerrand.